Das ist scheiß Licht. Ah, die macht kein Licht, ist das? Hm? Die macht kein Licht? Nein, das macht nichts. Wegen Fotowachen haben wir schönes Licht hier. Achso, was meinst du? Da siehst du mal was davon. Obwohl blöderweise sind die meistens nachtaktiv. Und das mit so einer schönen Zeichnung, da siehst du mal gar nichts von. Das ist hauptsächlich halt Darnung. Wenn die so auf Video. Sri Lanka Baumvogelspinne. Wenn die auf einer Baumrinde sitzt, siehst du sie einfach nicht. Das ist die beste Sache.